So, was haben wir hier? Hier waren wir ja schon mal. Hallöchen! Warum so freundlich? Hä? Alles gut bei euch? Alles klar. Was hast du? Ja, dankeschön. Nee, da hab ich keinen Bock drauf. Haben wir hier ne Batterie vielleicht? Alter, dass die Leute auch immer so rumschreien müssen. Mensch. Freunde. Immer mit der Ruhe. Da war ich noch irgendwelche Dokumente abgehender Profi- 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 Eben, pscht. Hallo? Lesestunde. Stopp. Diese Leute, diese Leute. Abgehender Profit. Rick. Nee, ist immer hier. Alter. Carl? Carl? Das Golf letzte Woche hat Spaß gemacht. Ach, jetzt wissen wir, was Rick vor der Apokalypse gemacht hat. Lesen wir mal weiter. Das Golf letzte Woche hat Spaß gemacht. Wir sollten öfter in die Richtung fahren. Ich hab mir die alten Testunterlagen aus den frühen Tagen von Project War Rider mal angeschaut. Und mir ist das etwas interessantisch aufgefallen. Hast du das Projekt in 2010 verfolgt? Nee? Offensichtlich hatten wir Probleme mit weiblichen Mitarbeitern. Die Scheinschwangerschaften erlitten. Eventuell hat das was damit zu tun, wie der morphogenetische Antrieb mit dem Immunsystem interagiert. Fragezeichen. Es war häufiger tödlich als nicht tödlich. Und da es sich hier um Mitarbeiter und nicht um Patienten handelte, war die ganze Sache schwerer unter den Teppich zu kehren. Aber, Freunde, aber, die Aktivität des morphogenetischen Antriebs im Mark dieser Damen war jenseits von Gut und Böse. Und diese Frauen sind nie einer zusätzlichen Hormontherapie unterzogen worden. Ich hab zwar keine Ahnung von PPM, aber ich kann Tabellen lesen und die Profitberechnung von Project War Rider ist nur halb so hoch wie angenommen. Daher stellt sich mir eine Frage. Warum führen wir keine Experimente an Frauen durch? Mentale Krankheiten sind, weiß Gott, gleichberechtigt verteilt. Es ist schon fast unethisch, uns eine solche Gelegenheit durch die Lappen gehen zu lassen. Aufrichtig. Djer. Aufrichtig. Djer. Alles klar. Djer. Boah, Alter, die gehen mir so auf den Sack hier. Ganz ehrlich. Ja, haut. So. Alter, mal ein bisschen Ruhe, mal ein bisschen durchatmen. Die müssen doch irgendwann mal die Stimme weck haben, wenn die da durchgehend am Rumbrüllen sind. Manche haben übrigens geschrieben, dass wir jetzt bald in Richtung Dachboden kommen. Also in Richtung Dennis. Ich freu mich. Also, ihr wisst bescheiden. Wenn wir Dennis sehen, ist das Spiel beendet. Dann hör ich sofort auf. Also, das ist ja unser Ziel. Wir wollten Dennis treffen, wollten Hallo sagen, dann gehen wir wieder nach Hause. Also, so ist das zumindest geplant. Ich weiß zwar nicht, wo wir jetzt lang gehen sollen. Können wir hier lang? Nee, ne? Wir sollen dem Blut folgen. Okay, dann müssen wir mal hier lang gehen. Alles klar. Stinklich so krass. Leute, wir sind doch Freunde. Und hier stand ja in der Hauptkampagne, in der Hauptstory, stand ja hier dieser Typ mit dem Baseball. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Und hier war zu. Wir mussten nämlich geradeaus. Ja, ja. Und jetzt müssen wir hier lang. Können wir hier irgendwas finden? Ein Funkgerät? Ja. Nee. Ah. Hallo? Freunde? Entschuldige ich übrigens die letzten paar Ausfälle von den Folgen. Ich habe es leider nicht immer geschafft, Folgen aufzunehmen. Und ich kann leider momentan auch nicht im Voraus aufnehmen. Weil da ein bisschen viel Spiele momentan draußen sind. Also nehmt es mir bitte nicht übel. Entschuldigung. Ich kann da nichts für. Manchmal ist YouTube schuld. Manchmal bin ich schuld. Und in den letzten Tagen war ich schuld. Entschuldigung. Will ich da auch nicht. So. Ganz tapfer gehen wir voran. Haben wir eigentlich schon nochmal eine Notiz gemacht? Nee. Haben wir alles schon gelesen. Sechs Batterien haben wir mittlerweile. Hallo Dunkelheit. Ich bin's. Der Curry. Willste mit mir spielen? Dunkelheit. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich wusste gar nicht wo der herkam. Nein. Okay. Okay. Hä? Wo ist denn jetzt? Sahnetürtchen. Alter was war das denn gerade? Ich dachte da kommt jetzt vor mir irgendeiner. Wo sind wir denn alter? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Müssen wir hier runter? Oh nein. Okay. Hier können wir nicht durch. Alles klar. Jemand da? Was? 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 Ich höre dich auch. Wo ist's Kopf? Hä? Wohin? Hier? Oh. Oh oh. Okay. Langsam die Tür auf. Und dann warten hier jede Menge Kuchen. Kein Kuchen. Ich hab das Gefühl wir müssen hier durch. Okay. Hier war eindeutig Dennis. Oh nein. Ihhh. Höhö. Höhö. Ihhh. Ihhh. Höh. Ich hasse das. Ich hasse das wenn man irgendwo im Wasser ist. Und dann schwimmen da irgendwelche Fische oder berühren dich oder sonst was. Oder Plankton oder so. Algen. Bäh. Was war das denn? Heilige Scheiße. Was denn? Wo? Wer? Nee. Warte mal. Wir müssen doch hier irgendwo bestimmt... Oh! Ja Kevin. Weiß sie? Ist gar nicht gekennzeichnet Kevin. Nein. Geh am besten nochmal dran um zu testen ob das wirklich echt war. Alter. Okay da braucht jemand Hilfe und die Zäune sind alle elektrisch geladen. Da müssen wir ja hier rein. Oder? Oder? Dokument. Ein schickes Dokument in ihren Kali... Was? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Da ist die Tür öffnen warum auch immer. Okay. Ich setze mich mal hier hinten in die Ecke. Und dann lesen wir kurz ne Runde. Töte uns. Ja da schreibe ich doch. Töte uns. Brenn das Gebäude nieder. Schlimmer als der Tod hier. Töte uns. Töte uns. Töte uns. Okay. Warum? Warum soll ich euch umbringen? Ich wollte doch doch Freunde haben. Hier auch nicht elektrisch? Doch. Hier ist überall elektrisch. Aber warum? Und was mache ich dagegen? Können gar nichts machen dagegen. Müssen wir hier? Wieder durch? Ja. Hier sind wir. Hier sind wir richtig. Batterie. Ja man. Danke. Danke Alter. Ich schleime die mal kurz ne. Okay. 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 Ganz ruhig. Ganz ruhig. Alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Wir laufen hier durch die Dunkelha... Nichts wird gut. Hey was denn? Oh ne. Da wedelt der... Alter Leute. Schicke Hand. Ich nehme das mal kurz auf für Youporn. Ja gib's mir. Oh äh. Nicht schwenken. Gib's mir. Ja. HD. Okay. Wir gehen mal weiter. Reicht. Reicht für heute. Was haben wir hier? Okay. Hier ist... Hier geht's... Alles klar. Ich versteh schon. Wer kommt jetzt um uns zu töten? Wer tötet uns? Ich bin nur der friedliche Mitarbeiter. Ich laufe hier so durch die Anstalt und... Und wedle mit meiner Kamera, weil ich's kann. Hä? 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 Wo denn? Hier ist doch gar keiner. Ist wieder hier ein Gospelchor. Okay, wir gehen mal wieder raus. Wir müssen nämlich wahrscheinlich wieder durchs elektrische Tor, ne? Da, wo wir grad, ähm, richtig clever, richtig hellköpfig den Strom abgeschaltet haben. Aber ich weiß es doch genau. Wenn wir jetzt durch die Tür gehen, dann wird irgendjemand da ankommen mit seinem Lümmel, mit seinem Schwert, mit seinem Sahnetörtchen und will uns einfach wegschnitzen. Wer war das? Warum ist das jetzt wieder an? Ey, das ist aber scheiße jetzt. Ja, und, und jetzt? Nochmal runter, oder was? Hä, ist das grad dein Ernst? Was war das für ne Lache, bitte? Okay, nochmal runter. Hallo. Curry zum Mitnehmen. Okay, die Blutspur von dem Typen, der plötzlich seine Tage hatte. Wo ist er jetzt? Er ist auf jeden Fall nicht mehr in diesem Raum, lecker. Oh, guck mal, die krabbeln sogar. Oh, wie schön. Die krabbeln sogar mal meine Füße. Hier. Hier. Guck mal. Oh, unter den Fuß krabbeln sogar. Oh, aber wie geil ist das denn? Oh, wie geil ist das denn? Sind da richtige Premium-Ameisen hier. Wo ist der denn hin? Hä? Hey, der ist doch... Wo? Ah! Ach, es war so klar, es war so klar, es war so klar, es war so klar. Du kriegst meinen Lümmel nicht, du kriegst meinen Lümmel nicht. Ne, 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 ne. Such dir deinen anderen Penis, geh mal Bonze fragen, der macht das eh gerne. Der spielt sogar die Frau. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Wodurch, 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 wodurch. Hier, 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 hier. Nein, 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 nein. Nein! Hier? Nein. Hä, wo denn? Aua, 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 aua. Wohin denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, wohin. Wohin? Hilfe. Ah! Wohin! 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 Scheiße Er hat's gesehen Okay, ähm Ähm Hä, der macht einfach die Tür auf, was ist das für eine Scheiße Wohin Ich weiß es nicht Geht nicht Es geht nicht Es geht auch nicht Es geht nicht, es geht alles nicht Ah, leck mich doch Wohin, ich bin überfordert Ja, heilige Maria Sahne Ah, Leute Der macht die einfach auf Jetzt halt doch mal die Schnauze Was willst du denn von mir So, jetzt mach die Tür wieder auf Ich versuche nochmal da durchzukriechen Ich glaube, das war gar nicht mal so schlecht So, jetzt gehen wir direkt runter Ja, 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 ja Er ist weg Er ist weg Er ist weg Er ist doch weg Leute Er ist weg Sollte das so Ist das Spiel gerade doof Oder Kann, nee, ja, 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 ja Jetzt geht das Hä, warum ging das denn vorher nicht Oh, wen haben wir denn da Ja, hallo Du Pimmel, hä? Haben wir dich ausgetrickst, ne? Ja, so muss das So muss das, Freunde Weißt du, was passiert, wenn man sich mit den richtigen Leuten Oh, willst du mich gerade verarschen? Ich hab nix gesagt Aber ich verstehe nicht Warum diese Kacktür Jetzt am Anfang nicht aufging Du hast ne Batterie für mich, hab ich gehört Ne? Oh Schade Alter, wo sind wir hier? Wo zum Teufel Sind wir hier? Was ist das denn? Das ist irgendwie Nicht Ein Stück Leber oder was auch immer Papier, Blatt Vielleicht ein Köttel Das könnte alles sein Weiß es nicht Ist das ein... Alter, ist das ein... Hä? Hier sind doch gar keine Stühle Geister Was ist das da vorne? Irgendwelche Stäbchen Okay Weiter geht die Reise Wir tun so, als hätten wir ihn gar nicht bemerkt Wir tun einfach so, als hätten wir ihn gar nicht bemerkt Alles gut Tschüss So Hör auf zu laut zu atmen Wir sind keine Pussys Wir halten durch Wir schaffen das Wir halten zusammen Und kriegen das hin Aber dafür müssen wir zusammen Aber dafür müssen wir zusammen Aber dafür müssen wir das Zusammenhalten So, hier ist da irgendwo eine Batterie Ich riech das doch Ich riech das doch Ne? Hast du jetzt keine Batterie für mich oder was? Ist das gerade dein Ernst? Okay Dann müssen wir da unten In den Pool Geil Plansch Party Wer kommt hier? Okay Da will wohl jemand den Pool nicht teilen Was? 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 Was war das? Easy Easy Was war das? Irgendjemand hat da irgendwo einen Stein reingeworfen oder was? Oder was soll ich jetzt verstehen? Hä? Freunde, das ist mir zu viel Okay, hier geht's weiter Links liegt ein Cop oder ein Wachmann Vielleicht hat der ja noch eine Batterie Okay 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 Vielen Dank.